Ich habe auch überhaupt nicht gewusst, wo ich so angefangen habe, funktioniert das technisch überhaupt oder gibt es ein riesen Durcheinander. Gemeinsam gelernt haben, wie dieses Handwerkszeug des Programms Zoom überhaupt funktioniert und ich muss auch sagen, das funktioniert auch deswegen gut, weil die Studierenden absolut flexibel sind. Mein Name ist Johannes Helgert, ich arbeite am Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik, den der Herr Professor Kammer leitet. Ich bin Mittelschullehrkraft vom Berufswegen her und habe eine Abordnungsstelle und bin für die Lehre vorrangig zuständig und mein digitales Lehrformat ist eher ein hybrides Lehrformat, weil ich zusammenbringen wollte die Studierenden, die in meinem Seminar sitzen, tatsächlich vor Ort sind und die Studierenden, die aus z.B. pandemischen Gründen nicht kommen dürfen und eben zuhause bleiben müssen. Mein digitales Lehrformat unterscheidet sich dahingehend, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich prinzipiell an meiner Seminarart und Weise die Methoden, die ich verwende, nichts ändern. Ich möchte es aber schaffen, dass die Studierenden eben von zuhause genauso daran teilnehmen können und nicht nur über Zoom zugeschaltet sind. Der Schlüssel bei mir war eben Zoom und die Breakout Sessions und darüber habe ich versucht und auch gut geschafft, die Studierenden, die eben zuhause vor dem Computermonitor sitzen und bei uns vielleicht nur am Display zu sehen sind, mehr mitzunehmen und dieses Fenster zu öffnen und dann eben die Gruppenarbeit so zu organisieren, dass die Personen, die in real da sind, mit den Personen, die zuhause sitzen, näher zusammenrutschen und das über Breakout Sessions so funktioniert, dass einfach die komplett echt in einer Gruppe in Austausch kommen miteinander. Ich habe meine Studierenden dahingehend unterstützt, dass wir erstmal gemeinsam gelernt haben, wie dieses Handwerkszeug des Programms Zoom überhaupt funktioniert mit den Breakout Sessions und ob das, was ich mir so ausgedacht habe, nämlich dass eine Person hier sich über den mitgebrachten Laptop in die Zoom-Sitzung mit einloggt und dann in eine entsprechende Breakout Session reingeht, wo auch der Studierende oder die Studierende von zuhause sich zuschaltet, dass das dann eben funktioniert, in einen gemeinsamen Austausch zu kommen und man dann eben im Seminarraum lauter hybride Gruppen sitzen hat, wo welche vor Ort sind und welche, die zuhause sind. Wir haben dann festgestellt, dass es manchmal dann schwierig ist, wenn viele in Präsenz sind und einige sich zuschalten, dass man in einem Raum ist und dann einfach die Geräuschkulisse sehr hoch wird. Das heißt, ich habe dann einfach auch, wie ich es in der Schule immer gemacht habe, Seminarraum, Tür auf und gesagt, für diese Arbeitsphase, die dauert ungefähr eine halbe Stunde. Wir treffen uns hier wieder. Suchen Sie sich einen ruhigen Ort. Der Leistungsnachweis ist der ganz klassische Leistungsnachweis gewesen, den wir bis dahin auch in der Allgemeinen Pädagogik Modul 2 geschrieben haben, nämlich eine Klausur, die in Präsenz stattgefunden hat. Die Problematik war natürlich, dass die Personen, die übers ganze Semester nicht kommen durften oder konnten, da auch nicht kommen durften oder konnten. Das heißt, die Personen, die zuhause bleiben mussten, die haben eine Ersatzleistung geschrieben, die haben eine Hausarbeit verfasst. Das Feedback von den Studierenden zu dieser kleinen Methode, die wir dann ganz häufig verwendet haben, war durch die Bank weg sehr positiv. Sowohl von denen, die in Präsenz da waren, weil eben die Personen, die nicht kommen konnten, für diese Personengruppe nicht immer nur anonym irgendwo im Computer drinnen war. Und umgedreht natürlich auch, denn die Studierenden hatten tatsächlich das Gefühl und die Möglichkeiten, aktiv im Seminar auch mitarbeiten zu können, auch wenn sie zuhause vor ihrem Laptop gesessen sind. Ich habe auch tatsächlich von beiden Seiten, vor allen Dingen von den daheimbleiben Müssern, Wollern, auch eine große Dankbarkeit entgegengebracht bekommen, dass sich eben daran interessiert, was sie wirklich mitzunehmen und nicht nur zu sagen, hören Sie halt zu und dann der Rest ist Ihr Problem. Mein Fazit aus dem ist tatsächlich einfach machen. Ich habe auch überhaupt nicht gewusst, wo ich so angefangen habe, funktioniert das technisch überhaupt oder gibt es ein riesen Durcheinander oder bricht vielleicht irgendwie das Netz zusammen, wenn sich zu viele einschalten. Also diese ganzen typischen technischen Probleme. Aber das hat einfach gut funktioniert. Und ich muss auch sagen, das funktioniert auch deswegen gut, weil die Studierenden absolut flexibel sind und mit Medien total vertraut sind und sich auf vieles einlassen. Und für Studierende, ich habe festgestellt, dass für Studierende das Reden durch einen Computermonitor mit einem anderen normaler ist, wie für manche, die schon älteren Semesters sind. Ich habe insofern konkrete Pläne, dass ich auf jeden Fall die Möglichkeit, wie ich schon gesagt habe, dass man sich zuschalten kann, wenn man mal verhindert ist oder eben aus Erkrankung nicht kommen kann und aber trotzdem teilnehmen möchte, dass das auf jeden Fall offen bleibt. Immer diese Variante, weil ich gesehen habe, das funktioniert. Und ich möchte aber noch ein bisschen mehr in hybride Richtung gehen, nämlich punktuell bei Sitzungen genau zu überlegen, ist es ein Muss, dass wir in Präsenz arbeiten oder gibt es auch einfach mal Sitzungen, die zu Hause stattfinden können, wo sich alle über Zoom zusammenschalten? Oder aber auch noch ein Stück weit weiter zu gehen, eben dieses eigenverantwortliche Arbeiten mal in einem Modul, welches man online stellt. Und das komplett zu kombinieren, finde ich total spannend und habe ich mir vorgenommen für dieses Semester schon.